hallo und recht herzlich willkommen hier wieder im betterdienst diesmal mit weckes und ja wir machen hier direkt mal eben das rein und hier da kann ich euch noch mal seine fertigkeiten zeigen ja einmal die super fähigkeit dass man richtig viel mini guns rausholt eine mini guns im mittag kann man einschalten das ist so ein schutzschild repulser fällt das gibt den verbündeten bisschen schutz und ja vormarsch da kann man schnell nach vorne hin zur seite springen und wir erobern jetzt mal diesen punkt hier den holen wir uns mal und da haben sie mich platt gemacht die bogenschütze von hinten noch hat keiner von uns gemeldet habe ich da noch keine besonderen punkte die ich vergeben möchte hier für meine klasse so wir halten uns mal nach hinten ein bisschen bedeckt mit seinem rollen schild hier irgendwie bekomme ich gefühlt schaden so dich habe ich und er sniper mich einfach mal so weg aber sowas von ja gut ich hätte auch nicht mehr viel schaden oh man das wird interessant werden so direkten schaden mal schutz dagegen könnte echt was werden hier wer bist du denn wer bist du denn kann die so hoch fliegen ok das wusste ich nicht ja da haben wir mal richtig verkackt aber sowas von auch kein kill ja das läuft richtig scheiße aber sowas von das verkacken wir doch oder wir müssen jetzt den punkt einnehmen sonst wird das nichts mehr sonst wird das nichts mehr Leute den punkt und ihr müsst uns deckung geben punkt satz sieg also was anderes so vielleicht hier mal ein bisschen schaden reingewirkt baum aber ja da unsere Flanks haben auch nichts gemacht ne wo sind sie denn gibt's doch nicht wenn ihr den punkt erobern dann war's das Gefühl schon dann was sagen ist nicht nicht aber keine auf ö ö ö ö ö ö ö ö Komm schon So, komm So, den ersten haben wir noch Den zweiten haben wir auch Dich krieg ich da auch noch Ah, dich hab ich nicht mehr gekriegt Okay Na, sie hat auch mitgeholfen Okay So Schaden Definitiv So Jetzt aber So Und du machst mich platt Unfassbar Ja Ich seh das schon Du machst das Verdammt Das fehlt nichts mehr Das fehlt doch nichts mehr Oder Kriegen wir das noch hin Leute, ihr müsst da Mal stehen bleiben Nee Nee Komm Ich bin gleich wieder da Boah, haben sie mich noch gekehlt, boah, die müssen den Platz jetzt noch einmal annehmen, dann haben wir verkackt, also, irgendeine Idee. Okay. So, die... Die machen wir weg. Nachladen. So, den mache ich nicht weg. Ich hoffe, die kriegen den Punkt nicht. Okay. Halten wir den Punkt? Gut. Ja, endlich. Das war's. Das war's. Das war's. Gut. Oh man, richtig auf die Fresse gekriegt. Ah, die war richtig gut. Oh, da, erst recht. Schrecklich. Video ist ja alle ab. Nur spot. Äh, sind auch noch. Oh Gott. Schrecklich. Ist ja schon peinlich gewesen. Aber sowas von. Gut. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge Paladins wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. So... Vielen Dank.